Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde an Showdown. Ich war mit der Tina auf der neuen Map unterwegs. Wir haben, wie ihr oben sehen könnt, nur einen Boss gehabt. Das verspricht viel, viel Trouble. Es war auch echt viel los und wie immer möchte ich nicht zu viel verraten. Ich komme ganz am Ende vom Video nochmal mit so einer kleinen Analyse. Wenn ihr Bock dazu habt, dann bleibt dran. Was ich noch loswerden wollte, der gute Retro-Andy hat mich auf eine super Idee gebracht. Ich blende seinen Kommentar jetzt mal hier ein. Und zwar werde ich jetzt ab nächster Woche einmal die Woche mit einem Zuschauer spielen, wenn ihr Bock dazu habt. Ich werde nämlich ganz, ganz oft gefragt, ob ich spielen möchte. Und ich muss leider immer absagen, weil wir meistens verabredet sind. Wir sind so viele Leute, die Hand spielen. Und wenn ihr dazu Bock habt, dann kommt ins Discord. Wenn ihr schon drin seid, umso besser, weil da frage ich dann nach. Der Tag steht noch nicht fest. Normalerweise würde ich das gerne beim Streamen machen. Das Problem ist, ich kann halt momentan nicht streamen, weil mein OBS sich immer aufhängt. Ich habe jetzt auch eine Vermutung, was es ist. Ich glaube, dass meine Cam rumspackt. Aber das muss ich noch testen. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Würde mich über einen Kommentar für einen Algorithmus freuen, wie immer. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, lasst mir doch ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Haut rein. Viel Spaß. Ich muss noch mal ganz kurz dazwischen pfeifen. Und zwar, mir ist gestern aufgefallen, dass ich zwei Twitch Prime Abos reinbekommen habe. Obwohl ich momentan gar nicht streame. Ich danke euch sehr dafür. Hat mich mega gefreut. Und zwar ist das der Elandric und der Nuvoj. Oder Nuvoj. Ich weiß nicht. Sorry, falls ich dich falsch ausspreche. Vielen, vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Ich weiß halt nicht, ob jetzt hier welches... Doch, da können wir hier spawnen. Ja. Noch ein Stück. Hunde. Wir haben uns erblickt. Hä? Er läuft komplett woanders hin. Boah, gehen wir in Eschweg direkt? Ja. Boah. Aber? Ähm, 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 ähm. Ja. So, in den Compounds halt manchmal, ähm... Bei Raben vor uns? Ja. Verhaspel ich mich manchmal. Dann geht's da nicht weiter. Scheiße, wie komm ich da jetzt hin? Oh ja, das geht mir auch noch so. Oh. Da ist ein Immo vor uns. Aufpassen. Und Hunde. Oh, die sollten wir nicht triggern. Die machen den Boss, ne? Mhm. Ne. Eine. Oben im Haus. Oben im Haus, neben uns. Oh, ich schmeiß da was rein gleich. Ja. Ich geh von vorne. Über mir? Hab einen. Hast du geschossen? Nö. Ach, dann will der Immo hier hinten rein. Ja, der hat einen Fehler gemacht, dass der gesteppt hat. Ja, das stimmt. Andere macht den Boss. Mhm. Wie müssen wir uns eigentlich holen? Boah, dieser Immo da draußen. Und Hunde kommen, Tina, hinter dir. Oh Mann, und Immo. Die Hive muss weg. Ja, ich bin gleich schon drin. Ich weiß nicht, wo die ist. Da oben. Hab sie. Oh. Scheiß die Wand an. Lass mal den Immo reinkommen hier. Ich finde hier so... Ich glaube, der kommt die Stufe hier nicht hoch. Nate? Von hinten? Das ist auf keinen Fall ein Mate von dem, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Hast du die Tür da? Der ist hier hinten bei mir. Okay, ich bin da. Hier am Klohäuschen. Deine Nate? Ja. Okay, ich bin draußen. Ich hau ab. Ach Mann. Ah, der ist hier hinten. Ja. Muss diesen Scheiß immer... Oh, jetzt ist er hier drin. Ich mach den. Kannst weg bleiben. Hinter mir. Oh, meine Fresse. Neues Team. Nein. Ich hatte einen Bug. Beim Heilen hatte ich auf einmal eine Dingsbombe in der Hand. Oh. Ich bewege mich hier mal eben nicht. Ja. Ah, einer geht in den Turm. Oh. Der ist wohl wieder raus im Turm. Hm. Jetzt steppt der andere auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der hingelaufen ist. Der war hier... Ecke Westen irgendwo. Hm. Mich ärgert, dass wir kein Feuer hier haben. Ich würde den Typen gern verbrennen. Oh ja. Hängt auch keine Lampe da oder so? Da haben wir... Nee, aber die kommt niemals dahin. Niemals. Schade. Ich hör den. Hat Hit. Ach man. Ver... Oh, der krieg. Jetzt geheilt direkt da. Mhm. 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 Oh nein! Ach komm! Der hat seinen Kumpel auf der Treppe geholt. Echt? Hat er schon? Ich glaub schon, ja. Kann doch gar nicht sein. Gehört hab ich's nicht. Aber der stand halt da. Jetzt. Nee, liegt noch. Nee, nee. Neko hab ich leider auch nicht. Oh, hier ist ganz schnell viel los. Hm. Ich hätte da gerne ein Fenster drin. Naja. Nächstes Mal nehmen wir die Stichsäge mit. Krieg dich da auch nicht, ne? Nee. Du wirst halt übelst abgeaimt, glaub ich. Der eine Typ, der macht mir halt so Sorgen, ne? Ja. Da war er. Ja. Da war er. Ich hab die Scheißknifte von dem. Mhm. Habs gesehen. Und ne Silenced. Oh Mann. Komm rein. Komm rein. Was hat er denn hier? Hat der wenigstens ne Pistol? Bestattungshelfer, was ist das denn nochmal? Irgendeine Lebelle zum durchgucken hat der. Nee, nee, nee. Achso, ja. Und er. Ja. Oder, ja genau. Komm, ich verhalte die. Komm dran. Ab ihn. Sehr gut. Könnte ich bitte meine Waffe wiederbekommen? númeroOO dogf. Danke schön. Ich hab sie. Sehr gut. Äh, steppst hier. Jaja einer bei mir hier irgendwo draußen. Ich dachte, Du wärst es. Nee, ich sitz hier ganz ruhig. Ich warte, dass da reinkommt. Der ist hier im Haus? Hab ihn. Nee, ich sitz hier ganz ruhig. Ich warte, dass da rein kommt. Der ist hier im Haus? Hab ihn. Ah! Ah, ah. ich habe ihn was wo hast du in einer chance wir haben gleichzeitig eine chance ja ach du kacke tür auf du ja zu okay ich dachte du meintest den der ist da kam die treppe runter ich glaube da hat ein appa für dich der hat frank rosin noch aber die kann ich jetzt gar nicht brauchen erst mal nicht ist immer noch kettenpistole ach so okay ja die sind beim boss und ganz weit richtung westen hat es gerade geschossen ich habe einen hive glas sensationell wenn die den boss weitermachen hab ich den gelootet jetzt noch gar nicht wo liegt denn deiner hier draußen vorsichtig da ja ich habe auch ein half glas ich hätte gerne heilung zurück obwohl ich habe noch zwei spritzen es ist weiß jetzt ist rot eben war es kurz weiß ja ich warte auf die fuzzis von westen die müssten jetzt auch gleich kommen oder das sind ausgangs ab kämpfer nee das ist genau ausgangs wo hocken die spinner ich sehe einen gepinkt ich brauche einen sniper gib mir deinen sniper danke schön geh mal ein haus weiter ja ja hab ihn gesehen ja ich bin ich bin blind hat jetzt nice ich muss erst heilen oh tina du rennst hin oh man ich wollte gerade da kam der andere um die ecke da sind nämlich die beiden zwei teiße jetzt heilen genau sorry alles gut ne ne das was ich weiß ja Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ich mache auf sie oaaah oaaah jetzt war ich kurz nervös oah nein Boah, lass mich erst mal bitte die Vergiftung wegmachen, ich hab ein bisschen Angst, dass die anderen jetzt von da kommen. Oh man ey. Sehr schön. Die Katze ist hier neben mir, weil ich so geschrien hab, macht die sich Sorgen jetzt. Ich sag immer alles gut. Stich hier hast du keine mehr, gell? Doch. Oh, magst du Boss machen schnell? Ja. Jetzt rot, 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 rot. Schon wieder? Mann. Was ist denn hier los? Das ist unfassbar. Aber das ist halt ein Boss, ne? Action garantiert. Ja. Aber das ist halt geil. Also ich mag das halt sehr gerne. Ja, ich doch auch. Oder die hat meine Chips gerochen, die hier am Schreibtisch liegen. Maja, komm, geh mal runter. Komm mal her. Ach ne. Uah. Die haben halt Lootfest, wenn die hier herkommen und gewinnen, ne? Oh ja. Die sind schon wieder hier oben. Ja. Ich hab halt keinen Schimmer, wo die sind. Die... Also pass auf. Ich hab die im Westen gehört. Das heißt, die sind garantiert irgendwo Richtung Westen noch im Haus. Aber die sind schon gemoved. Ja. Hier oben ist ja nur ein großes Fenster. Ja. Der Boss hat Schmerzen, glaub ich. Naja. Der... Der ist kurz... Der hat Brechreiz. Ich trau mich jetzt aber auch nicht raus zu gehen. Ne, ich auch nicht. Ich gucke immer, aber... Ich trau mich nicht. Hier ist ein Fenster. Ne, ich hab Schiss. Nachher ist das nur ein Anzeigefehler. Und es ist eigentlich weiß. Sie wollen ein Paket aufgeben? Nicht rennen! Was? Nicht rennen hier in dem Haus. Ist verboten, weil dann könnten draußen die Gegner das hören. Die sollen ja nicht wissen, wo wir sind. Das haben die doch schon gehört. Ach, Quatsch. Jan tot in 3, 2, 1... Wollen wir einfach ins Bosshaus rennen und den Boss schnell machen? Einfach? Okay. Wir hätten da mal einfach rein. Guck mal, wir haben hier... Direkt da ist ein Eingang. Ich weiß. Aber ins Fenster ist schwierig. Wir könnten auch... Ne? Komm, wir machen's, oder? Nö, kommst du da hoch. Komm, runter. Ich komm mal rein. Ich bin zu fett. Ich bin drin. Oh nein, der ist noch gar nicht angefangen. Ne, ne. Egal. Oh Mann. Nö, dass der jetzt zu uns kommt. Na komm. Oh, beruhig dich. Geil. Dann haben wir den Banish zumindest. Ich hör die. Ah, die sind drin. Ich muss Blutung stoppen. Der war direkt hier vor mir. Warte, nicht Linda. Ne, ich geh hier hin. Ich geh hier hin. Ich geh hier hin. Hast du dich geheilt? Ne, ja, ja, ja. Okay. Pass auf, hier gibt's dieses Fenster, wo man rein kann, ne? Da ist der, glaub ich, reingekommen. Das ist... Das ist... Das, was nie jemand auf dem Schirm hat. Weißt du ungefähr wo? Komm. Halt, Glas. Ich bin am Sack. Oh nein. Hab einen. Und der andere unten an der Tür. Wo? Hier unten an der Tür. An der Soppeltür. Ich bin komplett... Ich muss mich heilen. Dito? Ist der drinnen oder draußen? Äh, vor der Tür, glaub ich noch. Oh Mann, ich bin sowas von... ...vergiftet, ne? Mann, er sieht mich halt! Versteckt dich. Letzte Eilung jetzt. Hast du dich geheilt? Ich bin tot. Aber der hat Hit. Der müsste ziemlich low sein. Draußen war er noch. Bist du nicht? Was ist denn? Achso. Ja genau. Ist er sein Maid wieder? Ne, ne? Ne, der läuft jetzt da ja geradeaus. Genau da ist er weggelaufen. Oh, ich hab den gar nicht gesehen. Er nimmt ne Bounty jetzt. Schön. So, die Treppe da. Da. Aber der ist nach unten. Er hat Bounty, ne? Der sieht dich. Hm, ich weiß. Oh, ja, ja, ja. Der lootet mich. Hättest du mich heben können? Mann! Nein! Das gibt's doch nicht! Das gibt's echt nicht. Mann, wie muss ich denn noch treffen? Echt. Oh! Oh! Der ein und der andere. Mann, wie holt denn der immer so schnell ein? Oh, ärgerlich. Ja. Ja, leider ein bisschen Pech gehabt. Hat Tina richtig, richtig gut gemacht. Ich dachte eigentlich, bei dem Romero Schuss von ihr fällt er um, weil ich hab ja zuvor den erschossen, wo ich vom Dach gesprungen bin, also den zweiten. Da hab ich auch aus der Hüften. Da hab ich auch aus der Hüfte geschossen und er war weiter weg und der war tot. Und der jetzt hier halt nicht, obwohl die Romero in der Sache einfach stärker ist. Ich weiß nicht, ob die die Streuung von der Romero geändert haben oder ob das Geländer im Weg war. Ich hab keine Ahnung. Ich vermute, dass es das Geländer war. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher. Und ich hab einen riesen Fehler gemacht. Geht niemals geduckt zu einer Schießerei. Du brauchst nur abdrücken und ist sofort auf deinem Kopf drauf. Das war einfach dumm, was ich gemacht hab. Das passiert mir aber immer mal wieder, weil ich um die Ecke schleichen will und dann krieg ich es in den Kopf. So kann man nichts machen. Dann bin ich gefragt worden von einem, warum mein Puls denn nicht hoch geht. Ob das, ob mich das so kalt lassen würde. Ne, es lässt mich nicht kalt. Ganz im Gegenteil. Wenn mein Puls bei 80 ist, ist das schon sehr, sehr hoch für mich. Ja, und wie in dem anderen Video bei über 100, dann ist das schon echt besorgniserregend, weil dann stolpert mein Herz. Ich hab nämlich so eine kleine Herzkrankheit und muss Beta-Blocker nehmen. Und die drücken halt meinen Puls ganz nach unten. Ja, das nur zur Info. Nicht wundern. Also ich bin da schon sehr emotional und auch voll dabei. Und mein Puls bleibt manchmal trotzdem unten. Wie gesagt, mit 80 ist das schon manchmal sehr hoch. Und soweit es drüber ist, müsst ihr euch Gedanken machen. So, und jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und schaltet morgen wieder rein. Haut rein. Tschüss. Tschüss. sell